Ja, ich begrüße euch. Hier ist wieder die Axt im Walde, hier mit einer neuen Session von The Forest. Was haben wir hier Neues? The Forest in der Version 009. Und, tja, ich habe noch was mitgebracht. Ihr werdet es nicht glauben. Aus der Versenkung, nicht nur ins Forum, quasi wieder aus dem Keinerweißes Urlaub zurückgekommen, sondern auch direkt bei mir, quasi im virtuellen Studio. Joker ist hier mit bei uns. Hey, ho, hello, servus. Jo, gemeinsam machen wir heute, ich, Joker und alle Let's Player, die hier einfach mal ein bisschen zugucken, eine Co-Op Session mit dem Joker. Hier wird das Game auch von unserem wunderbaren Freund Joker gehostet und ich mache hier einfach Join Game. Ihr habt gesehen, direkt bin ich auf Co-Op gegangen. Oben kann man den Nickname eingehen, ich heiße hier jetzt einfach mal Die Axt. Und weil ich hier einem Spiel beitrete, das bereits irgendwo läuft, habe ich hier die IP oben drin. Ja, gut. Schwuppdiwupp. Die wollen wir jetzt nicht einfach so breit treten. The Forest merkt sich ja auch wunderbar. Die Einstellungen, die man hier in der letzten Session getroffen hat. Das hier, kurz zur Übersicht, wenn man einem Spiel beitreten möchte, einfach die kleinen Konfigurationen. Hier ist der Hinweis auch direkt drauf. Kommt erst alles, die volle Integration dauert ein bisschen. Ein Serverport, falls es bei irgendjemand anders ist, ändert das einfach mal ein bisschen durch. Ja, ist kein Problem. Oben die Adresse eingeben, unten auf Connect, wenn ihr dann soweit seid. Oder auf Back, wenn es nicht sein soll. Ja, wir steigen hier jetzt mal direkt ein. Und das Spiel lädt. Wir verbinden uns jetzt zu Joker, der auch wartet. Hier, kann ich mal was einwerfen an der Stelle, wo wir warten? Ja, hau mal rein, ne? Nämlich an diejenigen, bei denen es nicht funktioniert. Die sollten sich vielleicht mal im Internet schlau machen über Port-Vorwarten. Port-Vorwarten, 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 dann könnte es eventuell auch bei denen funktionieren. Ja, was Joker meinte ist, Port-Vorwarten. Ja, einfach im Internet nachgucken. Da ist bei mir jetzt gerade auch das Intro dazwischen gekommen. Ihr habt gemerkt, ich habe abgebrochen. Ja, aber du kannst dich auch gerne wiederholen, Joker. Bitte, wirklich. Bist du da? Jo, skip it. Ja, genau, skip it. Oh, hier ist er. Ja, wir sind auch im Game. Ey, Arzt. Die Arzt. Voll der militant Typ. Ja, ich habe natürlich... Ja, ich sterb hier einfach mal weg. Ja, der Mann bringt mich um. Okay, es gibt auch so Friendly Fire, das ist so viel jetzt schon mal dazu. Ja, ich muss hier, lass mich leben. Ja, ich ziehe hier eine Axt vor mir her. E, ja, ich kann hier... Ne, ja, ich habe schon eine Axt. Ich kann also eine Axt und ich halte eine Axt. Ja, gut. Ja, ihr seht hier im Multiplayer, da geht es auch ganz komisch zu. Oh, der nette Kollege hier nebenan, der versinkt auch ein bisschen. Ja, jetzt geht es wieder. Irgendwie habt ihr das gesehen? Ja. Die Icons waren hier wie Brötchen. Oh, der Joker. Was, siehst du mich erst jetzt? Jo. Ja, nee, also... Du stehst schon die ganze Zeit da. Ja, ich weiß, aber... Ich bin hier aufgestanden. 32 Schritte lang hier. Ja, auf jeden Fall, wir sind hier direkt drin im Multiplayer. Ihr seht, es ist auch wunderbar bei mir am Abbacken. Ich halte hier eine Axt in der Hand. Fress hier mal kurz was aus dem Inventar, damit die Energie wieder hochgeht. Und komisch hier, ja. Sag mal, Joker, halte ich hier eine Axt in der Hand? Du hast keine Axt. Ich habe wahrscheinlich auch keine. Du hast wunderbar eine Axt, mein Lieber. Ja, ich... Sieht so aus... Naja, ich sage lieber nichts. So hast du keine Axt in der Hand. Ich habe eine Axt in der Hand. Oh, jetzt habe ich auch eine Axt in der Hand. Ah, jetzt hat er sie in der Hand. So, wo sind wir hier überhaupt angekommen? So, jetzt ist er weg. So, wie ist das jetzt, wenn ich da die Schaltkreise wegnehme? Hast... kannst du noch... siehst du die noch? Ja, mach mal hin. Ich habe schon zwei wegnommen, sind die schon bei dir jetzt noch da, oder? Ja, warte mal... Also, ich habe hier zwei hängen, ja. Achso, ich habe schon zwei eingesteckt. Ja, wunderbar, dann habe ich ja auch. Also, ist das hier jeden extra. Äh, hackst du hier mal irgendeinen Koffer auf? Klar. Ist er offen? Ist er offen. Wunderbar, aber mir ist noch verschlossen. Ich habe das... Mach ihn offen. Ja, nice. Also, ich sage mal, wenn das hier so funktioniert, ja, dass man hier Items doppelt verwenden kann, dann ist das ja wunderbar. 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 So, ich habe hier einen Tennisball. Ich denke mal, wir gucken, dass uns die Sonne nicht blendet und du suchst dir ein wunderbares Stückchen hier aus, ne? Nur mit Angst würde mich noch interessieren, du siehst den Koffer da, oder? Jo. Wenn ich den jetzt da rüberschiebe, ist der jetzt bei dir unten, oder ist der nach oben geblieben? Jo, den hast du wunderbar mitgeschoben, da guck mal hin. Hier zum Grün runter. Nicht so schlecht. Ja, wunderbar. Double Move. Double Move, nice. Ja, hier geht es richtig ab, ne? So, ich suche nochmal ein tolles Plätzchen. Da, ready. Ja, warte mal hier. Flügelgedingens. Oh, da ist einer. Guck mal hier. Siehst du denn auch? Was ein Sauwetter. Ich sehe ihn. Jo. Ja, eigentlich. Der Herr ist eine Sie. Der Herr ist eine Sie, ja. Ich weiß. So, geht das hier so? Kann ich den mal rüberwerfen? Ready. Jo. Moment. Ich möchte einen Handschuh haben. Ja, ich denke mal, den hast du umgebracht, ne? Oh, hinter dir, hinter dir. Guck, dreh dich um, mein Lieber. Ich brauche eine Axt. Ich werfe einen Fall weg. Jo, wir haben Besuch. Jetzt geht es mal rund. Ich denke, ähm, was machen wir jetzt? Laufen wir davon? Die schmieren mich da ein mit Dreck und... Ja, wir haben nichts. ...und bin mir die einen Handschuh habe ich ahren. Jo, Mino, mir läuft hier das Tier davon. Ja. Schlimmstenfalls sind wir wieder im Flugzeug. Also, auf geht's. Ja, das ist wohl auch wieder wahr, ne? So, jetzt habe ich auch so ein Vieh. Ja, du bist hier voll am abfetzen. Ich lasse dich hier voll. Ja, das, so geht es nicht. Ja, was mache ich hier? Ich denke mal, das mit dem Campen ist hier auch so eine eigene Sache, ne? Ja, Leute, ihr seht hier, im Multiplayer ist eine heiße Sache, ne? Keiner weiß hier recht, was los ist. Da rollt es hier ab. Soll ja, an und für sich habe ich gehört, dass das ja wirklich buggy sein soll, wenn man hier, ähm, ja, tote Kannibalen zerstückelt. Oh, ja, wie nett. Der kann hüpfen, der kann sich ducken und er hat eine komische Keule in der Hand. Lass mal gucken hier. Ich habe doch gelesen im Forum, man kann keine Leichen zerteilen. Oder nicht, oder falsch? Ja, da hinten kommt noch einer, angelaufen. Wie ziemlich zerteilt da. Ja, guck mal hier, einer, eine, das, so, die hat auch einen komischen. Ja, wo aus, was ist denn hier überall immer los, ja? Ja, die kommen hier, gehen wieder. Ja, da ist auch eine ganz nackte hierbei. Ops. Ja, die kommen von überall. Ich denke mal, wir machen hier die Fliege. Ja, wo bist du? Oh. Im Flieger. Ja, wunderbar, das gefällt mir gut. So, ich komme mal hier rasch zugelaufen, die kommen mir nachgelaufen. Ja. Ich bin gerade down gegangen. Ja, ich weiß. Die wollte ja so ein toller Arzt besorgen. Ja, guck mal hier. Ja, läuft auch wieder. Oder hier weg. Ich denke mal hier, ja, wie wäre es, wenn wir uns ein nettes Plätzchen suchen? Ja, ihr habt gerade was Tolles entdeckt, was eigentlich toll ist. Ja. Jetzt habe ich spawnt und die Flugzeugaxt ist natürlich weg. Ja, das ist natürlich nicht optimal, ne? Neuheit, ich finde bestimmt was Neues. Ja. Ich habe mal gesagt, wir machen uns auf den Weg, ja? Oder soll ich dir noch einen Lurch hacken? Ähm, ich habe gar nichts im Rucksack. Ich möchte alles haben, bitte. Jo, Moment mal, ich guck, was sich hier machen lässt. Oha. Oha. Das ist, hier, komm mal rüber, ich habe einen Kanickel für dich, mein Lieber. Hier. Guck, da ist ein Kanickel hier für dich. Nice. Ja, gut. Das Kanickel ist jetzt weg, ne? Das habe ich also nicht mehr. Das heißt, ähm, wenn man hier irgendwelche Tiere erlegt oder so, dann sind die einfach weg, wenn die, oh, da drüben stehen die wieder. Hier ist ein Lurch. Hier, ich habe ein Lurch. Ich bin wieder schwer bewaffnet. Jo. Ja. Das, ja, ich sehe, wie du schwer bewaffnet bist, mein Lieber hier. Ja, auf geht's. Jo, sag mal, laufe mir nach, ja? Ja. Ja. Und, du musst da hin. Hier. Siehst du mich im Wald nicht stehen, mein Lieber? Ja. Jo. Hop, hop, galopp. Ja, hop, hop, galopp. Ja, so sieht das aus, meine Lieben, ja? Wenn, ähm, die Axt mit Joker durch den Wald galoppiert, ja? Ja, hier, jetzt habe ich gleich eine neue Keule. Ja, wunderbar. Ja, ich sehe dich da oben stehen. Ja, ja, hier kann man, oh, ja. Ja, geh mal hier, lass mich mal damit. Nein, er ist hinter mir hier. Oh, sieh mal, guck mal, ein Waschweher. Ey, vielleicht kann man sich erst dir irgendwann mal tolle Mützen machen. Jo. Wenn man immer so kalt hat. So, ähm, wo sind wir denn eigentlich hier? Ich bin beim Reh. Bist du stehen geblieben? Ben, bist du schon da? Ähm, ich sag mal, hinter dir da sind, ist eine Verrückte irgendwo. Ja. Ja, ich sag mal, laufen wir ein bisschen weiter. Eine Bucklige. Ja, eine Bucklige. Ja, ich denke mal, wir, ja wunderbar, wunderbar, das gefällt mir, einfach direkt hinten ab. Äh, wir suchen uns hier einen schönen Platz. War wie die Rehe aufpoppen. Ja, das, ähm, genau. Ja, nicht mich verprügeln. Mach, sorry. Boah, ich prügel jetzt, bin ich voll im Arsch ziehen gerade. Kannst du mir nicht irgendwie Medizin geben? Ja, ich hab, ich hab... Ich brauche irgendwie Medizin, ich brauche irgendwas. Ähm, warte mal kurz. Wie machen wir das denn? Hast du zu essen auch nix eingesteckt? Ja, wir laufen jetzt irgendwo hin, wo Medizin rumliegt. Ja, genau. Wir hacken ein paar Koffer auf. Ich nehme das letzte Medizin, ähm, das ich noch gehabt hab. Ne, hier müssen wir rüber, wir müssen da rüber. Ich hab direkt mal gesagt, ähm, wo bist du? Siehst du mich? Ich geh jetzt links, äh, rechts. Ja, ich bin rauf Richtung, ähm, hier zur Hauptbucht, ne? Ich sieh, du. Ja, da bist du auch schon. Wunderbar, wunderbar. Ja, wundertprächtig. Ja, ich denk mal dorthin, äh, wo ein bisschen Köfferchen sind. Bisschen Wässerchen. Ja. Gucken, was so gibt. Ja, und ich denk, wir, äh, wenn wir den ein oder anderen Tennisball vielleicht noch aufwenden, ne? Ich mach gleich doch ein bisschen unfassistisch, du da so übermütig losstürmen. Ja, ich hab gleich doch ein bisschen unfassistisch, du da so übermütig losstürmen. Ach, das geht. Einfach draufbleiben, ähm, ich sag mal, ja gut, mit dem Hacken ist natürlich nicht so. So, jetzt haben wir es auch direkt gleich geschafft. Ja, meine Lieben, als Zwischenstand, ähm, kann ich sagen, Joker ist angeschlagen. Ja, und wir sind jetzt grad auf Rettungsmission, ja? Aber ich sag, das ist nicht so klassisch, äh, wie man's kennt. Oh, hier, nee. Will den ziehen! Ja, das ist nicht so klassisch, wie man's kennt. Man versammelt sich an der Bucht, um, ähm, hoffentlich ein vorbeiziehendes Segelboot oder irgendeinen anderen Kram zu finden. Nun, und dann kommt man wieder zurück in die Heimat. Nee. Wir knallen die Koffer hier auf, ne? Hier, direkt für den Joker. Wir brauchen ein bisschen Medizin. Die muss mir je selber kloppen. Ja, tatsächlich. Da hast du auch wieder recht. So, hab mir je gefunden. Ja, wunderbar. So. Hm, sollen wir mal da Feuerchen machen? So, das ist eine gute Idee. Ich sag mal, bei der Gelegenheit hast du, äh, ja, hast die Blaupause schon hingesetzt. Ready to fire. Äh, ja gut, das seh ich auch jetzt. Oh, ich kann sogar Feuerchen machen. Wunderbar. Ja, ja. Hasen hast... Ich will die erst mal kochen. Ja, Hasen hast du draufgelegt, ne? Ja, bummer. Aber ich denk mal, der ist für mich nicht sichtbar. Ja, da haben wir... Du bist halb im Boden drin. Ja, du auch. Nur beim Bücken. Ja, das war's auch schon gewesen. Ich kann das Feuerchen hier nicht mehr anzünden. Ja, gut. Bringt dir nichts, das Feuer? Nö. Das ging jetzt gerade vorhin noch, ja. Kann ich einmal dran zünden. Ja, ich denk mal, ich werd auch was kleines ausprobieren. Stimmt so. Nämlich, ich guck hier mal direkt hinein, ob sowas gibt. Ja, ähm... An Blaupausen, ob man das irgendwie sehen kann, auch im Multiplayer. Ja. Oh, da kommt schon wieder ein komischer. Oh. Hier rechts von dir, da ist so eine verrückte, ja. Hey. Ja. Ja. Na, wie ist es? Ja, ist ein bisschen widerspenstig hier. Erste Annäherungsversuche im... Äh, äh... Are you friendly? Paarungsforest, ne? Mori mag ihn nicht. Ja, die mag ihn nicht, ne? Vielleicht hat die Angst vor meiner Keule. Ja, das... Äh, die kommt aber gerade wieder retour, ja. Und hinten... Geh, sie brauchen wieder. Hinten kommen auch noch ein paar, ja. Also ist hier... Ich weiß jetzt gar nicht so recht. Ja. Gut, irgendwie... Oh. Ich kann hier das Feier... Oh doch, das Feierchen kann mich anbrennen. Muss ich aber direkt hineinspringen? Du kannst da jedenfalls mitbauen bei deiner Wand, glaube ich. Ja, wunderbar. Ich denke mal zuerst, äh, was machen wir jetzt? Hier holen wir mal die Aktion. Ja, das ist ne gute Idee, genau. Ich beginne mal direkt hier mit dem Abheizen, ja. Ja. Ja, ich finde von den Sounds her ist das auch ein Ticken realistischer geworden. Ja, ist ganz nett. Ist auch Mutters ganz wunderbar. Ja, leider in die falsche Richtung, mein Lieber. Oder aber auch nicht. Ja, das mit den Sounds ist eine andere Sache. Hier ist der Joker auch schon wieder und hilft mir gleich beim Tragen, ja. Wir gucken uns das jetzt an, das gemeinsame Baumstamm, äh, Baumwand, Wandbaum bauen, äh, ja. Meine lieben Kollegen und Let's Player, ich sag mal, das funktioniert hier wunderbar, ja. Tatsächlich wunderbar. Äh, hier hinten kommen auch schon wieder die Kannibalen ran, ja. Und ich mach mal direkt hier weiter abheizen, ähm, und ich sag mal, wenn der Joker Bock hat, können wir direkt mal vorbeikommen, gucken, ob das, ähm, gemeinsame Halzen auch gut funktioniert. Ja, das ist aber extra nett, hätte ich mal gesagt, oder? Perfekt. Wunderbar, ich mach mich da direkt weiter dran. Jetzt haben wir unsere Bank verdient. Ja, aber sowas von. Ja, wie war das nochmal, was haben wir hier jetzt für Bugs in Multiplayer-Modus? Ähm, man soll nicht fischen, weil man dann rauszuschüssen wirkt. Das Fischen soll wohl verpackt sein und anscheinend auch die Rockholder, oder? Genau, genau. An und für sich soll das so sein, auf jeden Fall bitte keine Fische angeln. Ähm, sobald man Fisch aufspießt, soll das irgendwie verpackt sein und man fliegt vom Server, ja. Ja, ist der Kollege auch schon wunderbar, hat er sich hingesessen. Wie, wie kommt das jetzt? Oh, der G wollte ich nicht machen, so machen wir eh. Und ich guck mir einfach mal die Bucht an, ja. Ein bisschen laggy kommt mir das wohl alles vor. Ja, mein lieber Kollege, äh, kannst dich auch? Oder ist das, ist hier kein Platz mehr? Ne. Doch, ich sitz, ähm, alle haben, probier nochmal. Ja, wunderbar. Ich setz mich jetzt. Ich setz mich jetzt. Ja gut, ineinander kann man sich setzen, das ist wunderbar. Ist ein bisschen, jetzt steht der liebe Joker wieder vor mir. Und ein bisschen, ja, ein bisschen, ähm, hier laggy ist das auch, aber gut. Ich sag mal, das funktioniert recht gut, ne. Das hat hier Atmosphäre, der Kollege stützt sich ab, ne. Ich putzel mir mal ein Lego halt. Ja. Ja, das gefällt mir gut. Du siehst mein Fleisch auch nicht dort liegen, oder? Nö, du, ähm, da ist nichts zu sehen. Da haben wir hier, hast du hier tatsächlich ein Vieh drauf gelegt? Guckt auch Touristen. Ja, da liegt was. Genau, Touristen. Halt durch. Oh ja, äh, ich sag mal, essen sollte ich auch was. Ich mach's auch die, äh, flotte Variante, ne. Direkt mitten des Nickers rein. Die Verrückten laufen hier schon wieder weg. Und, ja, eigentlich wollten wir eine Wand bauen, ne. Ach so, da, da gibt's noch was. Man soll nicht direkt die Wände abreißen, die man nicht selber gebaut hat. Genau, genau. Baut hat sie wahrscheinlich der, was das letzte Stückchen anbringt. Genau, bitte auf keinen Fall, ähm, Bauten von irgendwem anders im Multiplayer auch wieder kaputt machen. Weißt du, was dann passiert? Nö, ich denk mal, man fliegt vom Server, bin mir aber jetzt auch nicht ganz sicher, ne. Da hier wieder ein paar Verrückte. Also testen wir das jetzt lieber nicht. Ja, ich denk mal, das lassen wir besser bleiben. Ne, ich möchte das jetzt hier anders, äh, ähm, hier, hier gaukeln auch wieder ein paar Schaulustige rum. Ne, wir sind eigentlich im Zinget-Sie gerade. Im was? Im Zinget sind wir. Ja, sind wir das? Tatsächlich? Ja, ein bisschen wohl, ne. Ähm, ja. Ja, ich sag mir das, ich sag mal so, das Ganze in Ordnung. Können mich in Ruhe lassen. Sich auch. Ja, so. Ja, ich denk mir, die ist da hinten gerade mal durch die Wand durchgezischt, ja. Und das war keine Blaupause. Aha. Ja, ich hab hier auch leider keine Steine mehr. Du weißt schon, dass man leider nur nicht speichern kann. Man kann, ja gut, im Multiplayer kann man nur bedingt speichern. So war das irgendwie, ne. Das heißt, ähm, wird gespeichert, wird's im Einzelspieler gespeichert. Ähm, das heißt, man kann's nicht wieder aufnehmen, das Multiplayer-Spiel gemeinsam. Entweder spielt man's alleine weiter oder, ja, oder man beginnt ein neues Multiplayer-Spiel. Eins von beiden. Ja. Wenn ich mich recht entsinne, war das so, ne? Genau. Man kann ja in den Ordner reingehen, wo die Safe Games sind. SKS irgendwas, ich weiß leider nicht auswendig. Und sich den Safe dann verschieben oder umbenennen, irgendwie. Da gibt's ja uns im Forum auch ein eigenes Thema dazu. Safe Games. Ähm, mehrere Safe Games verwenden. Oder wie das heißt. Genau. Also falls ihr... Ich kann mehreren Projekten arbeiten, genau. Also falls ihr da Interesse dran habt, ein paar verschiedene Dinge. Hier direkt bei uns im, äh, forum.survivetheforest.net. Ja. Da geht's auch gerade ziemlich ab. So, Baum fällt. Wegen dem Multiplayer, da ist einiges los. Oder Baum fällt nicht. Jetzt fällt Baum. Ich sehe hier aber auch nichts mehr. Also die dünnen Bäume sind ja schon ein bisschen lächerlich, muss ich sagen. Was für Bäume? Die dünnen, da fällt man gleich lang, glaube ich, wie ein Großen und dann fallen da vier Strecke weg. Gut, dass tatsächlich wirklich, äh, ja, nicht so optimal gelöst. Achso, wir sollten vielleicht mal irgendwas zum Speichern machen. Ja. So, wie, wie, ich hab gelesen, dass man die ganzen Sachen verliert, man ja, wenn man stirbt. Aber wenn man vorher gespeichert hat, dann hat man die Sachen noch. Ja, tatsächlich. Das würde ich gerne mal testen, eigentlich, ja. Ja, ich sag mir, das ist wohl eine gute Idee, ne. So, ich guck auch mal für eine kleine Hütte hier irgendwo. Mir reicht auch immer schon das Temporary Shelter da. Ja, das hätte ich auch gesagt, das ist eine gute Idee. Das Tolle daran ist, dass man kein Haus-Symbol in der Nähe hat. Da mich hören die immer ein bisschen, die Haus-Symbole. Ja, Symbole sind ab und an wirklich ein bisschen nervig. So, ich mach hier ein Haus hin, so ein kleines, äh, eine kleine Hütte. Hier ist wo? Hier. Ach, hier. So, ja, da hat der Joker ein paar Hölzchen mehr, aber doch auch eins zu wenig. Genau, hier hat nichts geklappt. So. Tada! Wunderbar. Ja, speicherst du das ab? Alles hängt. Wird's bei dir flüssig weiter? Ja. Und, äh, ich sag mal, du stehst vor der Hütte. Ich höre erst mal ein Standbild. Oh. Es wird wohl etwas dauern mit dem Speichern. Ja, das könnte gut sein. Ähm, ich sag mal, der Baum hier will auch nicht fallen. Ich hab auch ein Standbild. Ja, ich denk mal, wir sind rausgeflogen, ne? War das doch keine gute Idee mit dem Speichern. Ja, das war nicht so die optimale Idee. Was haben wir hier gesehen? Bist du schon rausgeflogen? Ja, ähm, wir haben gesehen, wir sind auf jeden Fall rausgeflogen. Ich finde mich im Hauptmenü wieder. Achso. Wie sieht's bei dir aus, Joker? Ja, das selbe Bild wie vorher. Ja, auch Hauptmenü. 20 Sekunden. Ja, wunderbar. Gut. Ich sag mal, das war quasi die erste Lesson. Koop und Multiplayer mit der Axt im Walde ganz neu. Direkt dabei im virtuellen Studio mit Joker. Und ich sag mal, das ist auch ein guter Abschluss mit ein bisschen rausfliegen. Ihr habt das gesehen vom neuen Multiplayer, vom neuen The Forest in der Version 0.09. Ja, und ich sag mal, wir sind doch gut dabei. Da kommt noch einiges auf uns zu. Wann auch immer jetzt, ähm, gut in 20 Tagen. Was auch immer uns beim nächsten Patch erwarten wird. Joker? Ja. Jo, hast du noch irgendwas Gutes zu sagen? Ähm, nö, jetzt zu selber. Grüße an die Mutti oder die Omi. Ja, die ist sowieso auf jeden Fall immer gegrüßt. Ja, wunderbar. Und das ganze Forum. Und das ganze Forum, genau. Wir sagen mal, tschüss, das war die Axt im Walde mit dem Joker. Wiederhören, Leute. Jo, aus Österreich, ne? Tschüss, bis zum nächsten Mal. Hoppeter.